Herzlich Willkommen zu einer neuen The Killing Floor 2 Was ist die Killing Floor 2 Folge? The Forest Killing... The Killing Forest Floor So, wo sind denn die anderen? Ihr seid ja noch unten, ich bin schon oben Also irgendwie ist die Mausempfindlichkeit so hochengestellt, ich weiß auch nicht Ah, hier seh ich grad Billiard Kugeln, ich hätt... lol Ich red voll Bock auf Billiard, hätt ich voll Bock Billiard wär irgendwie ganz cool, ne? Woah shit fuck, alter! Woah, woah fuck Woah shit Woah, 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 woah Oh, jetzt muss ich nachladen, der Depp. Oh, Alter, das ging ab. Lass mich da vorbei, meine Güte. Wo war ich eigentlich gerade dabei? Ich war hier bei den Billiardkugeln. Ach, die habe ich alle runtergeschossen. Easy, lose, dich. Lol. Hehe. Kann ich dann, wenn ich da entlang? Nee, das geht nicht. Cool, dass man noch unten schauen würde und noch einen Körper sehen würde. War ganz cool. Das, ja, das wäre echt nicht. Aber das geht es dort in dem Spiel leider nicht. Wir fliegen wieder. Fliegen, fliegen, fliegen. Oh, ich fand das wohl krass. Ich glaube, das erste Spiel, wo das wirklich richtig war, wo man seinen Körper gesehen hat, war Battlefield 3, glaube ich. Und der Hype drin ist sehr heftig. Ja. Das war schon... Für Lehn. Ah, ich glaube, das fülle ich auch schnell. Ach, oh, kein Geld mehr. Mann. So. Ähm. Der sieht aus. Mehr Sets im Anmarsch. Packt eure Sachen zusammen. Bist du denn? Da bist du. Wir sind ganz reingewonnen. Siehst du eigentlich, wie ich da rumfuchten bedaufe? Ja. Das sehe ich. Cool. Achso, das ist schwer von Chivalry ausgerüstet, oder wie? Ja. Was drückst du da? Die Zeit ist fast um. Ich habe das gekauft. Ja, aber was drückst du da? Ja. Um das zu... Achso. Okay. Das zeigt mir immer die Waffen, irgendwie. Macht er mir so eine Möze. Die Kapsel ist geschlossen. Gebt euer Bestes. Messer me. Ich habe die Musik wieder ein bisschen leiser gemacht. Ja, ist bei mir allgemein auch... All das ganze Spiel ist bei mir relativ leise, muss ich ehrlich sagen. Ja, weil die immer relativ laut war. Die hat echt einen knochigen Arsch. Mehr. Die eine Sirene war. Ein guter Start. So. Aber es sind noch viele Sets übrig. Hä? Ach, eine Unsichtbare. Und... Perfekt und... Sack. Cover me! I'm reloading! Okay, das war jetzt gerade ein bisschen krass. Äh, da liegt noch der Kopf an der. Ist eigentlich schon ab 18 das Spiel, oder? Ja. Schon, ne? Würde mich wundern, mir nicht. Hm. Wo kommen die alle... Wo kommen die ganzen Viecher her? Immer, wenn ich nachlade, das kann es doch nicht sein. Warte. Halt, wir haben 4 HP. Das sind fast alle. Ey, kannst du mich ganz kurz... Hallen. Na gut. Ich bin selber gleich tot. Ich bekomme doch ziemlich aufs Malo, obwohl ich eigentlich so ein Nahkampfexperte bin. Ja, weil das... In Massen sind die doch ganz schön gefährlich, die Viecher. Ja. Es freut mich, dass ihr es geschafft habt. War schon ganz schön... Ach, jetzt habe ich nicht genug Geld. Wollen wir mal gucken, wie viel ich hau... Vielleicht bleibt mir irgendwas übrig. Soll ich das verkauf? Kann ich denn jetzt... Na gut, dann kann ich den... Irgendjemand hat das Spiel verlassen. Ach, komm schon. Wo bleibt ihr nun? Ja, ganz alleine. Ja, das ist ewig zu weit weg, Mann. Bis ich da bin, ist die Zeit um. Alter, wir sind denn zu dritt? Ja, ich sag doch, einer hat das Spiel verlassen. Also das ist wirklich ewig weit weg. Ich bin jetzt erst da. Ach komm, das ist ja voll unfair. Schön, dass du wieder zurück bist. Blute nicht alles voll. Ah, füllen. Füllen. Kaufen. Füllen. Und füllen. Ah, ich habe noch 144. Da bleibt nicht viel übrig. Beeilung, die Sets kommen näher. Hui. Öffne das Handelsmittel und verbessere deine Ausrüstung. Ja, der andere Typ läuft schon, wo kommst du da einen weg? Ja, der rennt wahrscheinlich wieder nach oben, weil es da wahrscheinlich sicher ist. Ja, komm schon, komm, geh mal mit. Wir hin. Weiß nicht, wo es hier lang geht. Das ist mir schwer gefällt mir. Das hört sich nach Motosägern. Oh shit. Nein, wir haben uns getrennt. Nein, ich bin falsch abgebogen. Komm her, bitch. Ja, gut, das funktioniert so nicht. Das sind da viele. Ja, klar, jetzt kommt der Typ auch noch, der Herr. Oh fuck. Oh Gott. Ich bin tot. Keine Chance, Alter. Ich habe gewusst, wir sollten sofort hochgehen. Ich konnte nicht mehr, wo ich hinrennen kann. Das waren überall welche. Überall. Und ich konnte nicht mehr alles verwenden, weißt du? Ich habe noch überall volle Muni. Wie sagt man, dass andere noch lebt? Ja. Ah fuck it. Ja, du bist auch gleich down. Wow. Ach fuck it, Alter. Fuck. Logen. Von rechts, Vorsicht. Wenn er in Zukunft, kann man dann ein bisschen nach hinten gucken. Das ist ganz praktisch. Und überhaupt außer um ihn rum. Alter, wie viel kommt denn da noch? Ja, das ist auch der andere. Alter, das ist echt. Ich war sofort tot. Ich hatte keine Chance. Da waren so viele. Oh, Bootsäge noch. Rechts neben dir. Alter, das sind zwei mit Motorsäge, ne? Ich habe nur noch 55, wenn der andere mich heilen könnte. Scheiße. Ich versuche mal, den anderen zu hallen. Der kommt auch mal auf die Idee, mich dann zu hallen. Du kannst blocken? Ich kann blocken, ja. Du kannst auch blocken mit einer Kommt drauf. Ist ja heftig. Aber die blocken auch teilweise, ne? Ja. Oh, geil. Schön. Und der zweite? das sind nur noch die dreine kommen wir wollen die die schafft ja auch noch die zwei das letzte das war der letzte für mehr ausrüstung denkt der schrei der sirene schadet am meisten denjenigen die direkt davon getroffen werden das war es knapp jetzt muss ich wieder so weit laufen ich bin letztens direkt daneben gespawnt ich bin unten im keller gespawnt füllen ich brauche unbedingt die pin 90 die war okay aber jetzt kommt jetzt kommt der 4 ok dann brauchst du noch ein bisschen geld ja wenn du was hast wäre es nicht schlecht 150 habe ich noch gibt einfach alles das wäre nicht schlecht ja so die zeit ist fast um was geht mit dem ab wo ist das wieder hin der andere vorne da kommst du ja schon ach ich muss ich wollte schießen zack muss nachladen die scheiß ach die hast du ja schnell weg bekommen oh oh alter 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 jetzt schild doch mal euer leben kein schlechter anfang das war aber nur zum aufwärmen na die sirene wieder hier ist eigentlich meine hasgegnerin kann die gar nicht leiden ich ja ne aber die unsichtbaren sind auch scheiße naja alter oh nein doch keine alles auf was wir haben wir ja erst mal auf ihn hallo oh nein zwei sirenen noch schön weg kommen helfen wir ganz schön findet diese unsichtbare da nochmal eine alle überall unsichtbare muss nachladen oh nein komm wir müssen nach rechts kommen wir laufen dahinter oh da ist der oh ein motorsäge uah sehr gut sehr schön oh nein der rennt auf mich oh shit 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 dieser oh fuck wir können die händlerkapsel bald oh shit oh shit oh shit wir können oh shit okay jetzt wird es aber happig um die gasse ist ja aber auch kacke und nicht auf mich kommen wieder zu euch ich habe keine money mehr verdammt was das ist doch echt schwieriger geworden ja wirklich man auf normal hatten wir doch nie solche schwierigkeiten krass normal war eigentlich immer relativ easy auch gut aber wir sind gerade auch nur zu dritten stimmt also wenn es nicht angepasst wird ja ich weiß nicht ob das angepasst wird das ist eigentlich mal eine echt gute frage so jetzt ist die frage ich kaufe mal die da fülle die mega und jetzt habe ich kein geld mehr ich fülle mal die noch also wenn du noch geld übrig hättest ich würd's dir mit gut ich habe noch genug geld das ist gut vielleicht den müssen das dürfte reichen normal für den müsst noch ja genau das sieht gut aus man bekommt geld wenn man andere leute halt nicht viel aber man bekommt ja ich hab dich von auch gehalten was dir nicht aufgefallen ist und den anderen habe ich auch schon gehört ja passt hätte liegt eine schrofflinde gute gut dass wir wissen möchte den platz bei dem roten auto liegt eine schrofflinde die zeit ist um geht und tötet mehr setzt aber die sollten da echt zusammenbleiben oh nein oh gott durchsack keine chance ich hab beim gegenbau endgegner zu dritt keine chance ach du scheiße er hat darauf schluss wenn er so blau wird wir machen den kraftverbot ja wart ab bis er sich halt oder sich mal erwischt hey was liegt hier an der schutzwestern sehr schön der ist gleich tot hey wirst du ein oder heilt sich wahrscheinlich der läuft vorhin und heilt sich wo ist denn ich hab jetzt nicht gesehen wurden der hinrennt dahinten irgendwo der ist bei mir ja er hat sich geheilt verdammte köln ich hole schnell mal die muni die hier hinten liegt und komm wieder zu euch alle der hat sich ja die ganze noch mal ich finde ich seh den ja nicht einmal wo shit der kann sich beamen oder so der kann sich unsichtbar machen der hat mich mit einer raketen getroffen holy shit wow du bist ja eklig drauf man oh ne ist er wieder umsichtbar gemacht komm schon jetzt nein der eine ist schon down oh ich würd dich gern heilen wo bist du ich hab keine muni mehr da hinten in dem haus liegt muni kannst du mich kurz halten ich halte dich warte 4 warte 4 wirst du hier es geht nicht warum auch immer jetzt danke wo ist der spaßt ich höre ihn der ist irgendwo vor uns aber der heilt sich die ganze zeit ich sehe den nicht ich sehe den nicht oh nein boah war das ekelhaft was für ein spaß so ein spongo ich sag's dir oh fuck alter war das ekelhaft ich konnte nicht mehr reagieren da kannst du nix machen man was willst du da machen das ist gar nicht machbar wenn er uns beide gleich instant mit ich hatte full hp man mit irgendeiner rakete man ich weiß nicht wie viel hp ich hatte muss ich ehrlich sagen ich glaub ich hattest du 83 oder so und ja ich hatte auch sowas in der richtung oh oh scheiße na gut okay naja gut danke fürs zuschauen und ja und zieht sich im nächsten video also dann ciao